Hallo Nation, seht hier, was Mayer nach der Auslosung gegen den FC Heidenheim gesagt hat, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, Alexander Mayer, von Dazon, es stimmt, dass es nicht so attraktiv aussieht, wie wir es gerne hätten. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Aber klar, das war keine überzeugende Leistung. Wir wollen im gesamten Spiel eine völlig unterschiedliche Leistung erbringen, nicht nur in den Etappen. Wir hatten kaum Torgefahr. Das hat heute eindeutig nicht gereicht. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.